Wenn dir ein Mensch etwas Schlechtes wünscht oder abwertend über dich redet, so sagt das mehr über ihn selbst aus als über dich. Sicher hält er dir auf eine Art auch den Spiegel vor. Aber wie erkennst du, ob es wirklich dich betrifft oder es mehr mit dem anderen zu tun hat? Ja, wir sind alle eins und eins ist mit dem anderen verbunden. Und dass dir das passiert, hat sicher auch etwas mit dir selbst zu tun. Sonst würde es dir nicht passieren. Wenn es mit dir in Resonanz geht und es dich berührt oder aufwühlt, dich beschäftigt, so darfst du es dir ansehen. So darfst du ansehen, was in dir noch angeschaut und geheilt werden darf. Vielleicht ist das eine Prüfung. Welches alte Muster darf jetzt gehen? Sei immer ehrlich zu dir selbst. Am Ende des Tages musst du in den Spiegel schauen können. Geht es nicht mit dir in Resonanz, wird es dich emotional nicht berühren, dich nicht ansprechen und du wirst nicht darüber nachdenken und du kannst lächelnd deine Schultern zucken und dein Gegenüber bitten, sich und seine Aussagen selbst zu reflektieren und ihm aufrichtig alles Liebe und Gute wünschen. Alles Liebe und Gute wünsche ich nun auch dir, deine Tanja.